Das war gar keine Haare, Alter. Das war was Schönes! Stinkt das Feuer? Brennt! Wo ist die Wurst? Na Feuer! Mit Zammeln schmeckt besser! Oha! Oha! Hoffentlich ist es noch ein riesen Lager vorher! Nein, Mann! Muss ich mir recht nicht zu viel machen, Lager! Warum ließt ihr denn alle jetzt... Max hier zu, weil der hat ja auch eine Allergie! Ich hab eine Allergie! Ich bin erkältet! Warum macht ihr da nicht gleich die ganze Wurstschrift? Hab ich doch! Nee, das Ding da, gleich das ganze Paket! Nein, die hab ich doch! Ey, wo ist denn Rohkissen hier? Ich fahr mit ihm zusammen! What an Amour! Ey, wie würd nicht... Ja, ne? Ja! Maul halten alle! Oh! Oh! Ohhhh! Oh! Oh! Oh, was ist das denn? Komm raus meine Wurst! Komm raus! Warte mal, warte mal! Oh ja! Ah! Die Bremse! Ich hab ein Messer hier vor! Fuck, Alter! Ich hab gar nix mehr! Die Brot ist halt alles beendet! Scheiß Brosten! Schmeckt die? Ah, die stinken! Die stinken aber! Wo fress ich die lieber roh, Alter? Ah, das war ich! Mit Scheißhahn hier! Was ist das denn hier? Oh, das macht ja dran hier! Wegen von Gas hier!